Hallo Leute, jetzt sage ich an die Flussabäure, kiekun, ich sehe nicht nur, wo die Hürde vorgesehen sind, Gott express, wo Gott sagt, so kann ich es nicht so gestellten, schöne Sachen, so ein paar von der Experienz, von Leib. Und es ist nicht nur, wo Gott sagt, es ist express, es ist express, wir stellen zusammen die ganze Kiekun durch, hier sieht es, was ich sehe, die Idee der verschiedene Flussabäure? Ja, wow, ich liebe das Bild, sie sagt, dass wir so used to, wir haben verschiedene Flussabäure, die sehr schöne Flussabäure, es ist eine NUK, sie sagt, es sind die Dutz, Das war in den Blumen. Das war in den Blumen. Ja. Tulips. Das sind die Zelle des Blumen. So nicht alle sind hier. Wir bringen hier aus Südamerika, Ecuador, die Roses. So, was ich sage, Sie haben das, Sie haben das Konzept entwickelt. Wie lange? 10 Jahre, 12 Jahre, haben wir zusammengefasst. Wir haben verschiedene Blumen, mit allen kleinen Blumen zusammengezogen. Wir haben immer ein Stückes. Das ist interessant. Wir haben so viele verschiedene Blumen zusammengezogen. Das ist wirklich, dass ich das sehr viele Ideen finde, Ich denke, es ist sehr interessant, dass es ein guter Symfony ist, mit den Pianos und den Fortissimus. Es geht in verschiedene Bereichen, aber es funktioniert zusammen. Das ist viel mehr interessant, als die einfachen Symfony zu tun. Das ist das ganze Konzept. Wir versuchen, verschiedene Dinge zu finden. Wir spielen spielen, oder wir spielen spielen auf der Chessport. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wie das alles funktioniert zusammen. Das ist das ganze Konzept. Das ist das ganze Konzept.